Was geschah eigentlich wirklich mit den Gründern von Hogwarts? Ihre gesamte Aufopferung erklärt. Das und mehr, jetzt in diesem Video. Im heutigen Video werden wir uns mit Hogwarts und seinen Gründern Godric Gryffindor, Salazar Slytherin, Rowena Ravenclaw und auch Helga Hufflepuff befassen. Insbesondere werden wir das Erbe, das sie hinterlassen haben, näher betrachten und untersuchen, ob ihre Beiträge zur Obzaubererwelt möglicherweise noch größer sind als bisher angenommen. Wir werfen auch einen genaueren Blick darauf, was tatsächlich mit ihnen geschah. Wir wissen, dass sie für die Zukunft vorgeplant haben und ihre Abwesenheit durch die Erschaffung des sprechenden Hutes beispielsweise kompensierten, der es ermöglichte, die Schüler vor ihrem Werdegang in Hogwarts in ihre jeweiligen Häuser zu sortieren. Unsere heutige Theorie behauptet jedoch, dass die Gründe noch etwas anderes hinterlassen haben. Da die Gründer sich Gedanken darüber gemacht haben, wie die Schule in ihrer Abwesenheit funktionieren würde, liegt es nahe, dass sie sich auch um die Sicherheit der Schüler und der Schule selbst natürlich gekümmert haben. Die Zaubererwelt kann ein gefährlicher Ort sein und ich wage zu behaupten, dass sie zur Zeit der Gründung von Hogwarts sogar noch gefährlicher war als heutzutage. Zum Glück für die Schüler von Hogwarts gab es vier der mächtigsten Hexen und Zauberer, die jemals existierten, um die Schule zu beschützen. Die magische Macht der vier Gründe war so außergewöhnlich und übertroffen, dass selbst in der Neuzeit niemand in der Lage war, ihre unglaublichen Taten und Errungenschaften zu übertreffen. Da sie wünschten, dass Hogwarts in all seiner Pracht erhalten blieb, mussten sie die potenziellen Gefahren für die Schule in einer Welt ohne sie berücksichtigen. Hinzu kommt die Theorie ins Spiel, dass sie uralte Magie eingesetzt haben, um Hogwarts und alle seine Schüler zu schützen. Die Gründer, bekannt für ihre außergewöhnlichen magischen Fähigkeiten, waren bestrebt, ihr umfangreiches Wissen und ihre Weisheit an zukünftige Generationen von Hexen und Zauberern weiterzugeben und legten damit letztendlich den Grundstein für die prestigeträchtige Institution Hogwarts. Aber ihnen waren auch unzählige Gefahren nicht fremd, die mit der Leitung einer magischen Schule voller junger Hexen und Zauberer einhergingen. Es gab die Verfolgung von Hexen und Zauberern durch die Muggel und die Bedrohung durch dunkle Zauberer. In Anbetracht dieser Dinge erkannten die Gründer die potenziellen Risiken, die die Zukunft von Hogwarts gefährden könnten, und begannen sofort nach Wegen zu suchen, um den ewigen Schutz und die Nachhaltigkeit der Schule zu gewährleisten. Um dieses Ziel zu erreichen, führten sie Verbergungszauber ein, eine Art von magischem Zauber, der in der Zaubererwelt verwendet wird, um Objekte oder Orte vor Blicken zu verbergen. Diese magischen Eigenschaften dienen als entscheidende Schutzmaßnahme, um die magische Bevölkerung vor möglicher Verfolgung durch die Muggelgemeinschaft zu schützen. Und Hogwarts war dabei natürlich keine Ausnahme. Die Zaubersprüche, zusammen mit anderen magischen Schutzmechanismen wie Muggelabwehrzaubern oder Illusionen, werden strategisch eingesetzt und eine Reihe bedeutender magischer Orte werden dadurch beschützt, einschließlich der Winkelgasse und der Abfahrtstelle von Hogwarts, also dem Hogwarts Express. Vor der nicht magischen Welt natürlich werden diese geschützt. Als die Hexenjagd immer heftiger wurde, begannen viele Zaubererfamilien ein Doppelleben zu führen und Zauber anzuwenden, um sich und ihre Familien zu schützen. Im 17. Jahrhundert wurden Hexen und Zauberer, die sich mit Muggeln verbrüderten, oft misstrauisch betrachtet und sogar in ihrer eigenen Gemeinschaft zu Außenseitern gemacht. Durch den Einsatz von Verbergungszaubern, die natürliche Tendenzen von Nichtmagiern ausnutzten, Dinge zu ignorieren, die sie nicht erklären oder verstehen können, wurde die zaubernde Welt wirksam vor unerwünschter Aufmerksamkeit und Einmischung geschützt. Das internationale Statut über die Geheimhaltung von Zauberern aus dem Jahr 1692 unterstreicht die Notwendigkeit einer minimalen Interaktion zwischen der Magischen und der Muggelgemeinschaft, wobei die Verbergungszauber eine zentrale Rolle bei der Aufrechterhaltung dieser Trennung spielten. Im Fall von Hogwarts wurden genügend Zauber eingesetzt, um die Schule vollständig vor den Blicken der Muggel zu verbergen. Wenn ein Muggel nahe genug herangekommen wäre, hätte Schloss Hogwarts wie ein Haufen verlassener Ruinen ausgesehen. Doch die Gründer wussten, dass das Verbergen der Schule vom Muggel nicht ausreichen würde, um Hogwarts in all seiner Pracht zu erhalten. Sie waren sich bewusst, dass die Schule irgendwann neuen magischen Bedrohungen ausgesetzt sein würde und dass die Verbergungszauber in dieser Hinsicht keinen Schutz bieten würden vor dunklen Zauberern zum Beispiel. Daher mussten sie ein wenig größer denken und auf die mächtigste Form der dauerhaften Magie in der Zaubererwelt zurückgreifen. Die Macht der Liebe. Diese Art der Magie, die allgemein als Opferschutz bezeichnet wird, ist ebenso alt wie mächtig. Sie funktioniert so, dass ein Zauberer oder eine Hexe der oder die beschließt, sein oder ihr Leben im Austausch für das Leben eines geliebten Menschen zu opfern. Er aktiviert einen Zauber, der den geliebten Menschen zunächst vor unmittelbarem Schaden schützt und dann eine unglaublich starke und langanhaltende Schutzwirkung entfaltet. Da das Streben, um das Leben eines anderen zu retten, von vielen als das ultimative Opfer angesehen wird, ist es nicht verwunderlich, dass dieser besondere Zauberspruch in einigen Gemeinschaften der Zaubererwelt als der ultimative Schutz gilt. Ein Beispiel dafür, das vielen vertraut sein dürfte, ist der Opferschutz-Zauber, der Harry Potter als Säugling das Leben gerettet hat. Er war sogar der einzige Grund, warum er Voldemorts Tötungsfluch überleben konnte und er zu dem Jungen wurde, der überlebte, als er gerade einmal ein Jahr alt war. Harry konnte dem Avada-Kedavra-Fluch entkommen, dank des selbstlosen Opfers seiner Mutter Lillipotter, die bereitwillig ihr eigenes Leben gab, um ihren Sohn zu schützen. Im Feuerkelch erklärt Dumbledore, dass selbst Lord Voldemort die Macht dieser Art von Magie unterschätzt hat. Er sagt zu Harry, du wurdest durch eine uralte Magie geschützt, eine Magie, die er kennt, aber verachtet und immer unterschätzt hat. Ich spreche von der Tatsache, dass deine Mutter starb, um dich zu retten. Sie gab dir einen anhaltenden Schutz, den er nie erwartet hat. Einen Schutz, der bis heute in deinen Adern fließt. Lillys Opfer ist nicht das einzige in der Saga. Tatsächlich tut Harry am Ende genau das, was seine Mutter getan hat, aber in einem viel bedeutenderen Ausmaß. In der Heiligtümer des Todes Serie findet Harry sein Ende, als er von Voldemorts tödlichem Fluch im verbotenen Wald getroffen wird. Nun geht er ins Jenseits. Bevor er sich jedoch Voldemort im Wald stellte, hatte Harry viele Möglichkeiten. Er hätte weglaufen, sich verstecken oder im Schloss weiterkämpfen können. Stattdessen entschied er sich, Voldemort gegenüber zu treten und sich dem Tod zu stellen, um jeden zu schützen, der sich ihm widersetzte. Auf diese Weise schützte er andere vor Voldemort, genau wie Lily versucht hatte, ihn zu schützen. Deshalb, als Harry getötet wird, wird sein Liebesopfer auf jede einzelne Hexe und jeden Zauberer auf ihrer Seite übertragen. Als Harry tot auf dem Boden liegt, glaubt Voldemort, er habe gewonnen. Aber in Wirklichkeit hat er sein eigenes Leben viel schwieriger gemacht. Harry erwähnt dies später gegenüber Voldemort, der den Elderstab schwingt, als er sagt, Dies zeigt, dass die Grenzen des Opferschutzes viel größer sind als bisher angenommen. Wenn Harry Potter in der Lage war, in der mächtigsten Zaubersprüche in den Büchern zu wirken, stell dir mal vor, was die vier Gründer von Hogwarts in der Lage gewesen wären zu tun. Ein großes Geheimnis, das die vier Gründer von Hogwarts umgibt, ist, was mit ihnen geschah. Es gibt nur wenig Aufzeichnungen darüber, wie sie gestorben sein könnten. Während die Details ihres Todes einfach in der Geschichte verloren gegangen sein könnten, finde ich es ziemlich schwer zu glauben, dass vier Zauberer von solcher Macht und Einfluss einfach so aus den Geschichtsbüchern gelöscht wurden. Konventionelles Wissen würde nahelegen, dass sie einfach friedlich verstorben sind. Aber sie waren außergewöhnliche Hexen und Zauberer, die ein außergewöhnliches Leben führten. Sollen wir da wirklich glauben, dass ihr Tod so banal war? Hier ist, was ich denke und was ich online dazu gefunden habe. Die vier Gründer haben den mächtigsten Opferschutz erschaffen, den die Welt je gesehen hat. Helga Hufflepuff opferte sich aus Freundlichkeit und Sorge um andere. Rowena Ravenclaw opferte sich wegen des Wertes, den sie auf Wissen, Weisheit und Bildung legte. Godric Gryffindor opferte sich selbst, weil es die tapfere und mutige Entscheidung war, die getroffen werden musste. In den Büchern erwähnt Dumbledore, dass das Schloss eine Hochburg der alten Magie ist. Als Ron darüber spricht, wie Sirius in Hogwarts eingebrochen ist, sagt Hermine, dass dieses Schloss nicht nur durch Mauern geschützt ist. Im Stein der Weisen sagt Dumbledore Harry, dass Gringotts der sicherste Ort ist, den es gibt, außer vielleicht Hogwarts. Es scheint also, dass jeder glaubt, Hogwarts sei der sicherste Ort in der Welt und ich glaube, das ist dank der vier Gründer so. Ich vermute, dass Slytherin auf der anderen Seite nicht Teil dieses Vorhabens war, also eigentlich nur von drei Gründern. Stattdessen handelte Slytherin aus Eigeninteresse und weigerte sich an einer solchen Aktion teilzunehmen. Es ist möglich, dass genau diese Unstimmigkeit zu Slytherins Weggang von der Schule führte. Hogwarts funktionierte in Harmonie, für wahrscheinlich viele glückliche Jahre. Doch dann schlich sich Zwietracht unter ihnen ein und nährte sich von den Fehlern und den Ängsten. Häuser, die wie vier Säulen die Schule schützten, wandten sich gegeneinander, teilten sich auf und versuchten zu herrschen. Es schien eine Zeit lang, als müsste die Schule mit Duellen und Kämpfen untergehen, Freund gegen Freund. Schließlich kam ein Morgen. Als der alte Slytherin abreiste und obwohl die Kämpfe abhebten, ließ er sie ziemlich niedergeschlagen zurück. Und ich denke, dort wandte sich dann alles und die drei Gründer trafen ihre eigenen Entscheidungen. Ich glaube, die drei verbliebenen Gründer opferten sich, um zukünftige Generationen der Schule zu schützen. Aber wie bei jeder Magie vermute ich, dass es eine zeitliche Begrenzung gibt, wie lange dieser Schutz anhält. Die Gründung von Hogwarts wird allgemein auf das 10. Jahrhundert datiert. Aber genauer gesagt, war das tatsächliche Jahr 990 n. Chr. Ich denke, dieses Datum ist bedeutsam, weil es genau tausend Jahre vor dem Jahr liegt, in dem Harry nach Hogwarts kam, nämlich 1991. Der Tod ist im Laufe der Bücher sehr selten in Hogwarts, aber es passiert. Cedric stirbt bei den Ereignissen des Trimagischen Turniers und die Guten erlitten erhebliche Verluste während der ersten Schlacht von Hogwarts vor Harrys eigenem Opfer. Aber all das geschah nach 1990, als der tausendjährige Schutz nachließ. In der tausendjährigen Zeitspanne zwischen 990 und 1990 war der einzig wirklich bemerkenswerte Tod der der maulenden Myrthe. Ich denke, ihr Tod steht irgendwie mit Salazar Slytherin in Verbindung. Slytherin war der einzige unwillige Teilnehmer an diesem großen Opfer. Und er war es auch, der durch den Basilisken quasi indirekt maulende Myrthes Leben beendete. Deshalb glaube ich, dass das große Opfer der Hogwarts-Gründer, das die Schule so viele Jahre lang sicher hielt, das Opfer war. Falls du immer noch Zweifel hast, möchte ich dich auf eine Stelle in den Büchern hinweisen, wo Dumbledore den Zauber beschreibt, der auf Lillys Opfer basiert. Es ist ein Opfer, das Harry viele Jahre lang beschützte, trotz seiner zähneknirschenden und widerwilligen Natur. Wenn diese Magie existiert und selbst wenn Dumbledore weiß, was man damit machen kann und mit dem richtigen Zauber natürlich beschützt, warum sollten die Gründer ihn nicht benutzt haben für ganz Hogwarts? Was denkst du darüber? Denkst du, dass Hogwarts durch den uralten Opferschütz geschützt wurde? Schreib es mir gerne in die Kommentare. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.